Hey Leute, hier ist Playtimes. Hi. Ja und wir spielen heute das Spiel Stuttgart gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, also zum Beginn erstmal, Stuttgart ist ja nicht so gut in die Saison gestartet. Ich meine, ich habe den Spruch gelesen, willst du Stuttgart oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Ich meine, das ist ja jetzt eine andere Sache, das sehen wir jetzt ja nach dem Spiel, das klären wir gleich erstmal. Ja, ich meine, man muss es auch nicht überbewerten, wir sind ja noch früh in der Saison und ich denke Stuttgart, da kann man noch einiges erwarten. Vor allem, weil die spielen ja eigentlich immer schlechte Hinrunden. Hat man sich ja als Stuttgart-Fan inzwischen dran gewöhnt. Ja, aber es sollte sich so langsam mal ändern, weil wenn man wirklich oben mitspielen will, dann sollte man auch die Hinrunde vernünftig spielen. Ja, sie haben ja in letzter Zeit, also im letzten Jahr wenigstens es noch geschafft, international zu spielen, haben jetzt auch die Qualifikation geschafft. Aber du hast recht, wenn sie wirklich mal wirklich mit oben spielen wollen, dass sie zum Beispiel in die Champions League kommen, dann müssten sie wirklich mal die Hinrunde dann auch gut spielen. Und nicht so wie jetzt einfach nur schlecht mit einem 1-7-Torverhältnis nach zwei Spielen. Ach, 1-7, also das gegen Bayern, ich weiß ja nicht, was da abgelaufen ist, was da in den Köpfen los war, aber 1-6, was war da? Ja, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie eine Mannschaft so hoch verlieren kann. Ja, ich meine, sie haben ja gut angefangen, die ersten 20, 25 Minuten, da habe ich schon gedacht, hm, das wird schwer für die Bayern. Da war der Lattenschuss von Harnik, dann war da... Der war wirklich gut. Dann war da das Tor von Harnik, also da hat Bayern echt, ich will jetzt nicht sagen geschwommen, aber da hatten die Bayern-Fans, glaube ich, schon die Flatter. Tja, aber dann kam er die Wende und ja, dann kam das Schützenfest. Also, das war krass, das Spiel. Die haben, glaube ich, in sechs Minuten drei Tore geschossen? Ja, so, also, uh, uh, nee. Ich meine, in der zweiten Halbzeit sind die Tore im Zwei-Minuten-Takt gefallen. Ja, also, da stand es ja dann auch schon 3-1 und Bayern hatten das Spiel ja innerhalb von 76 Sekunden gewendet. Ja, das war natürlich hart für den VfB, dass die Bayern so schnell das Spiel gedreht haben. Aber die Mannschaft ist dann in der zweiten Halbzeit regelgerecht zusammengebrochen. Also, man konnte richtig sehen, dass die Spieler einfach keine Lust mehr hatten. Und dann haben sie sich halt abschießen lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob es an Trainer liegt oder sonst was, aber es war krass. Das wird ja auch schon von, ähm, den Stuttgartern selbst als Fehlstart in die Saison gezeichnet. Ja, natürlich ist das ein Fehlstart, aber ich meine, es ist jetzt der zweite Spieltag und jetzt ist erstmal Länderspielpause. Ja gut, das ist aber auch wieder ein Nachteil, das mit der Länderspielpause, weil so ist gar keine Zeit für die Stuttgarter, dass, äh, oh, hier kommt das erste Tor für Stuttgart, ähm, Kakao in der 17. Minute. Ja, die Stuttgarter haben gar keine Zeit, äh, die Spiele von Bayern wieder aufzuverarbeiten. Also, sie können sich gar nicht mehr auf die Fehler konzentrieren, weil zwölf Spieler, glaube ich, waren's, die auf Länderspielpause, also auf Länderspielreisen sind. Und somit steht eigentlich ja nur der halbe Kader zur Verfügung. Also, das ist schon schlecht gemacht dann. Ja, das Problem ist ja bei der Sache, die können einfach dieses, dieses 6-1 nicht mehr aufarbeiten, weil die, die können jetzt keine Videoanalyse, mehr führen, weil das einfach zu wenig Zeit ist. Und, äh... Na, da waren viele individuelle Fehler bei, das ist schon richtig, also, das wäre nicht schlecht gewesen, hätte man das dann nochmal aufbearbeiten können. Ja, hier noch ein guter Kopfball von Reisinger. Oh nein, das war ein Fehlpass. Ah, Abseits, oder? Das war ganz knapp. Ich glaube, das war sogar Abseits, ja. Ja. Ähm, ja, was auch krass war, fand ich, dass Stuttgart einfach nur die, äh, in der Abwehr den Ball so oft verloren hat. Also, genau so, wie du jetzt gerade gespielt hast, hat Stuttgart eigentlich auch gegen Bayern gespielt. Dann, also, das hat man beim, glaube ich, das war das 2-1, hat man das sehr schön gesehen, dass da einfach nur, äh, ich glaube, groß war's. Der kriegt den Ball in der Abwehr von Stuttgart, schnappt sich den dann und haut den genau in den Giebel. Also, das ist einfach ein individueller Fehler, der darf nicht passieren. Aber was sie sich da in der 76. war das 76. ja, so, so in die 70. rum geleistet haben, also, hey, Bizevic, äh, das kann ich ja mal gar nicht verstehen. Was, was ist los mit dem? Ja. Was muss in meinem Kopf vorgehen, damit... Ich weiß nicht, er hat ja jetzt auch nur zwei Spiele Sperre gekriegt, also, man kann dann drüber streiten, ob es eine Tätigkeit war oder nicht. Hier, schönes Lupfer-Tor, wieder von Kakao. Ja, Kakao wurde jetzt, äh, ist jetzt natürlich zwangsweise drin, weil Ibizevic, äh, für zwei Spiele gesperrt ist. Ja, da haben wir auch mal eine Frage jetzt an euch, in den Kommentaren könnt ihr uns ja mal sagen, ob ihr es okay findet, dass es nur zwei Spiele waren oder ob ihr meint, es war zu wenig oder zu viel. Also, ich finde, er geht schon mit einer ruckartigen Bewegung zu Boateng hin und deswegen würde ich es als Tätigkeit werten, dann wäre zwei Spiele natürlich viel zu wenig. Aber ich würde eure Meinung dazu mal interessieren. Was meinst du? Ja, ich finde, äh, auf jeden Fall, dass der länger als zwei Spiele gesperrt sein sollte, weil, äh, ich meine, es ist natürlich Frust da, ne, aber... Das kann man natürlich verstehen, wenn man 6-1 verliert, dass man dann gefrustet ist. Aber sowas dann da zu machen, das muss echt nicht sein und ich, ich finde, allein mit der Tatsache, äh, für die Tatsache, dass, äh, dass er ohne Grund einfach drauf geht, sollte er schon mindestens, äh, länger als drei Spiele gesperrt, äh, ja, länger als drei Spiele gesperrt sein. Weil das gehört sich einfach nicht und das ist doch kein Fairplay mehr. Er wurde vorher schwer gefoult, muss man sagen, also, ich kann verstehen, dass er gefrustet ist, gerade als Stürmer, der hat ja nicht viel zu tun gehabt bei dem Spiel, weil die Bälle hat er gar nicht als großartig bekommen. Ja, aber was kann Bayern dafür, ich meine, oder was kann Boateng dafür? Ja, nichts, aber es ist einfach in der Situation dann... Er macht einfach nur seinen Job. Das ist die Situation, du wirst dann gefrustet als Spieler und willst Druck ablassen und, ja, das ist dann der nächste Weg, ne, aber... Es ist einfach unnötig. Du schwächst ja auch deinen Verein damit, ich meine, es fehlt jetzt zwei Spiele und ich weiß nicht, ob das für Stuttgart so gut ist. Ah, Kakao jetzt zum Hattrick? Ja. Hei, 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 also Düsseldorf ist ja gar nicht meine Stärke. Sieht man jetzt auch an dem Gameplay. Ja, ist nicht so mein Fall. Also im ersten Spiel hat Stuttgart ja auch schon 1-0 gegen Wolfsburg verloren, wobei das war ein wenig unglücklich, fand ich, weil die hatten auch wirklich Chancen, mit Iwisewitsch zum Beispiel. Und der hat ja dann auch im Europa-League-Quali-Spiel gezeigt, dass er das Tor treffen kann. Nach dem zweiten Schuss, also der erste Elfmeter war ja auch nicht gerade so top, aber... Das war falsch, oder? Ja, du bist gerade bei Bremen. Stimmt. Das war Aaron Hunt, den du meinst, der hat den ersten Elfmeter verballert und den zweiten reingemacht. Aber das ist ein ganz anderes Spiel, egal. Ist schon spät heute. Ja, wir haben es schon Viertel nach Elf und wir kommen jetzt gleich wieder mit der zweiten Halbzeit. Hier könnt ihr euch jetzt gleich nochmal kurz die Highlights angucken und dann hier nochmal kurz die Ballbesitzstatistik etc. Steht 3-0 für Stuttgart jetzt und dann starten wir auch mal mit der zweiten Halbzeit. Was mich auch interessieren würde, ist ja, was meinst du, wie schneidet Stuttgart die Saison über noch ab? Oh, ich glaube, das wird ganz schwer. Wenn die jetzt nichts daran tun und im Moment sieht es ja so aus, dass sie nicht wirklich viel Zeit haben, um nochmal alles zu durchdenken und vielleicht nochmal was an der Aufstellung zu tun oder andere Leute. Ja gut, ein Kusmanovic ist noch verletzt, muss man dazu sagen. Der fehlt jetzt zwei Wochen oder noch eine. Und ich weiß nicht, ob er denen dann helfen kann, aber die haben ja auch noch Qualität auf der Bank sitzen. Wenn man sich Kakao anguckt, der hat jetzt in dem Spiel hier dreimal genetzt. Das ist zwar nur FIFA in Anführungszeichen, aber trotzdem. Kakao ist eigentlich ein Spieler, wo ich denke, der hat Qualitäten. Also ich finde, der versauert da so ein bisschen beim VfB. Ja, aber es wird trotzdem sehr schwer für Stuttgart, sich noch im oberen bzw. mittleren Drittel einzufinden. Weil das, was die gegen Bayern gezeigt haben, das war echt grausam. Ja, es war eine katastrophale Leistung, das muss man schon sagen. Den habe ich. Was denkst du denn? Ja, ich meine, man muss den Saisonstart jetzt nicht überbewerten. Also wir haben erst den zweiten Spieltag, es ist noch keiner abgestiegen. Auch beim HSV wird das ja so dramatisiert. René Adler wurde ja am ersten Spieltag schon gefragt, ob HSV jetzt wieder im Abstiegskampf steckt. Das finde ich total überzogen, weil... Das hat er ja auch dann zum Reporter gesagt. Also ich finde es total übertrieben, direkt nach dem ersten oder zweiten Spieltag zu sagen, ein Klub steht im Abstiegskampf, weil es sind sechs Punkte vergeben. Wenn man die sechs Punkte nicht hat, ist es halt nicht gut in der Situation. Aber am Ende hat man immer noch 34 Spiele. Ja, aber glaubst du denn wirklich, dass... Man kann immer noch viele Punkte holen. Aber glaubst du denn wirklich, dass Stuttgart sich noch so verbessern kann, dass die noch im oberen Drittel mitspielen können? Ich meine, Stuttgart hat jetzt gegen Wolfsburg gespielt. Die kann ich noch nicht so richtig einschätzen, weil bei Felix Magath ist das immer so, der kauft, glaube ich, mehr Spieler, als er Punkte holt. Ja, das stimmt. Und das kann ich noch nicht so ganz einschätzen. Da brauche ich immer ein paar Spiele, bis ich Wolfsburg einschätzen kann. Aber ich denke, Stuttgart, das wird sich noch was tun, weil die haben jetzt gegen Wolfsburg und Bayern gespielt. Ich würde sagen, die haben auch noch leichtere Gegner. Okay, Bayern ist natürlich auch schon hartes Leder, aber... Ja, gegen Bayern werden, glaube ich, auch noch andere in dieser Saison verlieren. Vielleicht auch eine Klatsche kriegen. Aber das ist wieder was anderes. Also, die haben ja jetzt auch Martinez. Haben wir jetzt übrigens auch bei unserem FIFA... Wir haben zwei Tutorials heute hochgeladen, also am 4. September, in denen wir auch zeigen, wie ihr die Spieler transferiert. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch die gerne mal angucken. Da sind zwei verschiedene Methoden, in denen wir euch zeigen, wie das funktioniert. Und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr natürlich uns immer fragen und wir werden versuchen, so schnell wie möglich zu antworten. Ja, einfach kommentieren. Ihr könnt euch uns natürlich auch sagen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt bei dem Video. Was wir mal besprechen sollten in einem Video. Oder ähnliches. Also, wenn ihr da Anregungen habt, die ihr an uns weitergeben wollt, ist das kein Problem. Einfach in die Kommentare schreiben. Wir kümmern uns dann darum. Und ja, jetzt haben wir noch gute 15 Minuten Spielzeit. Vielleicht tut sich ja noch was. Steht 3-0 für Stuttgart. Ich glaube, das wird schwierig für Düsseldorf, das jetzt noch einzuholen. Ja, das ist natürlich richtig. Oh, den hast du aber flach gelegt. Ja. Ich glaube, da kriege ich gleich auch noch Gelb für. Ah, nimm den doch. Jetzt spiele ich dir noch beinahe den Ball zu. Das ist natürlich jetzt sehr dramatisch. Ah, jetzt verliere ich den Ball so. Au. Ah, Lücke. Das ist ja auch im Moment Standard bei Stuttgart. Die ganzen Fehlpässe, diese unnötigen Fehlpässe. Ja. Muss einfach nicht sein. Schlimm. Ähm. Düsseldorf. Lass uns noch kurz über Düsseldorf reden. Ich fand es eigentlich ganz gut. Düsseldorf hat das erste Spiel gewonnen. Das zweite Spiel haben sie gegen Gladbach unentschieden gespielt. Da muss ich sagen, es ist schon eine große Leistung für den Aufsteiger. Ich meine, die haben schon vier Punkte jetzt. Das ist mal was, oder? Ja. Fürth hat auch schon gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Fürth war ja auch gegen Bayern lange Zeit sehr, sehr gut. Und die haben ja auch lange Zeit die Null hinten gehalten. Und ich glaube auch gegen Fürth wird es wirklich schwierig, diese Saison zu gewinnen. Weil die einfach hinten stark sind und die wollen auch einfach gewinnen. Die wollen einfach so viel wie möglich aus der Bundesliga-Saison rausholen. Ja, richtig. Glaube ich auch. Was ich auch bewundernswert finde, ist Eintracht Frankfurt. Die sind aufgestiegen, haben jetzt sechs Punkte, waren kurzzeitig Erster. Sind jetzt Zweiter hinter den Bayern. Also respektable Leistung. Den vierten wollte sie mir jetzt nicht mehr reinknallen. Finde ich nett. Danke. Ja gut. Das Gameplay endet jetzt wahrscheinlich gleich. Ich sage schon mal Danke fürs Zuschauen. Und viel Spaß mit unseren anderen Videos noch. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr dem Video einen Daumen geben. Ihr könnt uns in den Kommentaren sagen, was euch nicht gefallen hat. Wir gucken dann, dass wir es verbessert kriegen. Und ja, dann danken wir euch fürs Zusehen. Willst du noch was sagen? Ja, wir würden uns über Abonnenten freuen. Und ja, viel Spaß. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Eure Jungs von Playtimes. Eure Jungs von Playtimes. Eure Jungs von Playtimes.